Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Great. Wir machen heute den perfekten Pulled Pork Burger, denn wir haben gerade Pulled Pork auf dem Gasgrill und der perfekte Pulled Pork Burger steht und fällt mit dem Krautsalat, mit dem Coldslaw und deswegen zeige ich euch heute ein richtig gutes Krautsalat-Rezept, mit dem euer Krautsalat zwar weich wird, aber trotzdem noch knackig ist und ein Burger steht und fällt mit den Hamburger Brötchen, deswegen erzähle ich euch dazu auch noch was. Los geht's! Am besten schmecken natürlich selbst gebackene Burger Buns, aber ganz ehrlich, die immer selber zu backen ist ein riesen Zeitaufwand, diese Zeit haben wir einfach nicht immer. Deshalb kann ich euch die Burger von der Burger Buns Bakery nur ans Herz legen. Die verschicken euch die online und das sind einfach perfekte Buns und es gibt so viel Auswahl, da ist für jeden was dabei und die Preise sind wirklich human. Gerne dort mal vorbei checken, ich verlinke euch die in der Beschreibung, ist auch keine bezahlte Kooperation oder so, sondern wirklich aus Überzeugung und wer den Kanal kennt, weiß ich habe die schon häufiger vorgestellt. Was nämlich immer ein Problem ist, ist wenn ihr Burger Buns aus dem Discounter oder Supermarkt nehmt, weil die sind in der Regel nicht so gut. Die Brioche Buns sind okay, die normalen Burger Buns ne. Legen wir die Buns aber einmal zur Seite, denn wir kümmern uns jetzt um den Krautsalat. Für den Krautsalat brauchen wir so ein Viertelkopf Weißkohl ungefähr, eine Karotte, Möhre, ein bisschen Petersilie und eine rote Zwiebel. Die Petersilie und die Zwiebel, die hacken wir klein und geben die dann schon mal in eine möglichst große Schüssel, weil das Ganze kriegt gleich richtig Volumen. Die Möhre bzw. Karotte, die raspelt ihr am besten. Wir sind jetzt hier gerade in einer provisorisch eingerichteten Location, wir haben keine Raspel, also müsste ich die auch relativ fein hacken. Jetzt kommen wir auch schon zum wichtigsten unserem Hauptdarsteller und zwar dem Krautsalat. Am besten nicht so gestückelt wie hier, mein Problem war mein Krautsalatkopf oder Weißkohlkopf, war eben schon so ein bisschen nicht mehr so gut, deswegen musste ich mir die guten Stücke runterschneiden und davon schneiden wir uns jetzt den Kopf am besten so, dass ihr ja ein paar Streifen habt, aber die richtig dünn und fein, also mit einem richtig scharfen Messer ganz dünne Streifen abschneiden. Je dünner, desto besser. Jetzt müssen wir alles so wie es ist einmal abwiegen. Dafür nehmen wir uns eine neue Schüssel, tarieren die einmal aus und schauen jetzt wie viel Masse wir hier insgesamt haben. Bei uns sind das jetzt hier genau 668 Gramm Gesamtmasse und das ist wichtig zu wissen, weil wir brauchen davon jetzt acht Prozent Salz und acht Prozent Zucker und die müssen wir jetzt noch mal abwiegen. Das macht in unserem Fall 53 Gramm Salz, 53 Gramm Zucker. Nein, ich bin nicht so gut im Kopfrechnen, ich habe das eben schon ausgerechnet. Unsere Mischung und unseren Salz und unser Zucker geben wir jetzt wieder in eine größere Schüssel, damit wir alles auch gut durchmengen können. Wichtig ist, sobald ihr das jetzt dazu gebt, kneten wir das durch für fünf Minuten und zwar exakt fünf Minuten. Also stellt euch einen Timer, fünf Minuten und danach wird das Ganze richtig gründlich abgewaschen. Fünf Minuten sind um, jetzt müssen wir das Ganze gründlich auswaschen, ruhig drei-, viermal ordentlich durchwaschen, sodass alles an Salz und Zucker wieder entfernt ist, weil die richtige Salz- und Zuckermenge ist jetzt schon in die Zellen diffundiert und das ist jetzt auch schon der Geschmack, der hier rankommt. Und gleich brauchen wir dafür nur noch eine Soße. Jetzt müssen wir unseren Krautsalat nur noch abtrocknen. Dafür legen wir ihn hier einmal auf den Zeba und dann machen wir mit Zeba oben drüber den Krautsalat trocken. Während der Krautsalat trocknet, machen wir jetzt die Soße dafür. Dafür nehmen wir uns eine richtig gute Mayo. Je besser die Mayo, desto besser der Krautsalat. Ich nehme jetzt hier die von Stokes. Davon geben wir jetzt eine ordentliche Menge hier in unser Schälchen rein. Wie viel schreibe ich euch auf dem Rezept auf unserer Website. Aber an sich ist das auch nicht wirklich wichtig, weil davon gebt ihr nachher eine beliebige Menge auf eure Krautsalatportion hinauf. Das bedeutet, wie viel ihr jetzt genau macht, spielt keine so große Rolle. Dann kommt dazu Senf. Da ist jetzt das Verhältnis zur Mayo wichtig. So auf zwei Esslöffel Mayo kommt ungefähr ein kleiner Teelöffel Senf. Dazu gibt es jetzt einen kleinen Schuss Essiggürkchen Wasser und eine Prise Pfeffer. Unser Krautsalat dürfte jetzt ein paar Minuten hier auf dem Zeba ein bisschen abtrocknen. Dann werden wir den jetzt von dem Zeba wieder befreien und wieder in eine etwas größere Schüssel geben. Und auf unsere Krautsalatportion geben wir jetzt so löffelweise unsere Soße dazu. Und rühren immer ein bisschen um und schauen, wann es uns genug ist. Je mehr Soße ihr nehmt, desto mächtiger wird der Krautsalat. Je weniger, desto sanfter. Jetzt heißt es nur noch abschmecken. Der Salzgehalt sollte optimal sein. Nachsalzen müssen wir nicht. Aber eventuell ein bisschen mehr Soße, vielleicht noch mal einen Ticken Zucker, ein bisschen Pfeffer. Aber so ist schon wunderbar. Wenn ihr den ein bisschen matschiger haben wollt, dann packt ihr noch ein bisschen mehr Soße drauf. Ansonsten seht ihr aber, wie weich der ist. Ich hole mal hier so ein paar Dinger raus. Ja, da rutschen sie schon vom Löffel runter. Also hier seht ihr, wie die runterhängen und ihr hört auch, wie die crunchen. Perfekt. Unser Pulled Pork halten wir gerade auf dem Gasgrill warm. Wie man das perfekt zubereitet, habe ich euch in einem der letzten Videos gezeigt. Also gerne mal den Kanal auschecken und abonnieren, falls ihr es nicht schon getan habt. Weil es werden noch viele weitere coole Videos folgen. Wir kümmern uns deswegen jetzt um unsere Burger Buns und die müssen wir einmal schön antoasten. Wir halten ja gerade den Grill ein bisschen warm. Also habe ich einen Brenner ein bisschen höher gedreht. Und jetzt werden wir dafür unsere Buns einmal mittig aufschneiden. Wenn ihr ein sehr scharfes Messer habt, geht das so. Ansonsten nehmt ihr euch ein Brotmesser. Und hier werden wir jetzt beide Seiten einmal ganz dünn mit Mayo bestreichen. Und so jetzt mit Mayo bestrichen, dürfen die einmal auf den Grill. Unsere Burger Buns sind jetzt richtig schön angetoastet. Und hier darf jetzt auf jede Seite einmal eine richtig schöne Barbecue Soße. Ich nehme diese hier, welche ihr nehmt, ist euch überlassen. Jetzt kommt unten drauf etwas von unserem Pulled Pork. Auf unser Pulled Pork kommt jetzt etwas von unserem Krautsalat. Ruhig so ein, wenn ihr mehr mögt auch gerne zwei Esslöffel. Und dann wird der ganze Burger auch schon geschlossen. Und das hier ist unser perfekter Pulled Pork Burger. Weicher, saftiger, schmatziger und aromatischer geht es fast gar nicht mehr. Also jetzt auf euch, guten Hunger. Kurzes Video, ich weiß, aber das ist himmlisch. Und ich breche dieses Video jetzt schon ab. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.